Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail den Big Tech Sektor und es gibt ein Update zum Bitcoin. Bevor wir starten, ein Hinweis auf die gestrigen Aktienvideos mit Detailanalysen zu NIO, Plug Power und Solar Edge sowie AMD, Intel und Supermicro Computer. Link zu den Videos in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Big Tech Update mit ein paar Grafiken und Makrodaten, gehen dann aber direkt zur Chartanalyse. Vergangenen Donnerstag war ein Kommentar, der sich wiederholt hat, wir brauchen ein Big Tech Update und das soll es natürlich heute geben. Wir schauen heute mal ganz genau hin, welche Trends bei den 7 Magnificent 7 Aktien sind noch intakt, wo wackeln die Trends so ein bisschen und wie müssen wir uns möglicherweise positionieren jetzt im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison. Denn Niles, eine absolute Legende, ist eher ein bisschen vorsichtig im Bereich der Magnificent 7. Er sagt, dass das, was wir am Donnerstag gesehen haben, eben diese etwas stärkeren Gewinnmitnahmen im Big Tech Bereich, durchaus eine kleine Vorwarnung gewesen sein könnte, was wir im Rahmen der Berichtssaison sehen könnten. Vor allen Dingen, wenn hier nicht absolute Fabelzahlen abgeliefert werden von den Magnificent 7. Wenn wir uns erinnern, in der Q1 Earnings Season waren die Max 7, ausgenommen Meta, am Tag nach den Earnings im Schnitt um 4% im Plus und sind seitdem auch insgesamt nochmal um 20% angestiegen. Der gesamte Korb der Max 7 ist year to date knapp 40 oder knapp 43% im Plus und der Niles sagt hier, naja mal abwarten, ob das jetzt in dieser Berichtssaison wirklich so weitergehen kann oder ob wir da nicht möglicherweise eine etwas andere Story zu sehen bekommen. Er ist ein bisschen konservativ, geht ein bisschen vorsichtig rein in die Berichtssaison und er spricht auch an, das werden wir uns auch noch gleich anschauen, dass hier so ein bisschen langsam aber sicher die Zweifel eben wachsen, ob sich dieser massive CapEx der Giganten wirklich lohnt, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, weil man eben aktuell noch nicht so richtig den Return sieht. Also ihr seht, zwei Dinge kann man hier draus ziehen. An der Wall Street wird langsam aber sicher so ein bisschen die Vorsicht breit im Big Tech Bereich, das war in der Vergangenheit, muss man jetzt aber auch dazu sagen, grundsätzlich dann auch nicht das schlechteste Kaufsignal sogar, wenn die Wall Street hier ein bisschen vorsichtig reingegangen ist. Wir müssen es aber definitiv auf dem Schirm behalten, denn eins ist völlig klar, die Ansprüche an die Earnings jetzt in der anstehenden Berichtssaison, gerade bei den Big Tech Aktien, die sind wirklich sehr, sehr hoch. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und wir geben das Mikrofon gleich mal weiter an die nächsten, ich sage jetzt mal, Semi-Bären im Tech-Bereich, nämlich Goldman Sachs ist aktuell auch ein bisschen vorsichtig. Das Tech-Specialist-Team rund um Peter Callahan hat hier auch mal acht Argumente vorbereitet, die uns zumindest mal so ein bisschen auch aufhorchen lassen sollten, jetzt im Vorfeld der Berichtssaison, gerade eben, was diese so extrem schwergewichteten Magnificent Seven oder in dem Fall Magnificent Eight, weil hier ist Netflix auch noch mit reingerechnet angeht, die sagen, dass hier die Bewertungen und die Positionierung in diesem Bereich langsam aber sicher durchaus ein bisschen gestretched ist, also durchaus ein bisschen gedehnt ist, dass man hier sehr stark auf einer Seite des Bootes sitzt sozusagen. Punkt zwei ist die eher schwierige Saisonalität, ganz besonders im September und das ist grundsätzlich was, das haben wir auf dem Schirm und das wissen wir auch noch aus den vergangenen Jahren 2022 und 2023, dass der Markt dort auch im Tech-Bereich ab August eher schwierig wurde. Es ist natürlich jetzt die Unsicherheit rund um die Wahl, jetzt gerade auch mit dem gestrigen Vorfall unfassbar, dieses Attentat oder dieser Attentatsversuch eben auf Donald Trump, da sieht man, wie extrem der Wahlkampf jetzt wird in den Vereinigten Staaten und wir wissen, dass die Börse eines nicht leiden kann und das ist eben das Thema Unsicherheit. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass hier natürlich die Frage ist, Punkt vier, ob das Umsatzwachstum ähnlich explosiv bleiben kann und vor allen Dingen eben, da man muss auch immer sagen, die Börse sieht auf der einen Seite natürlich die gegenwärtigen Daten, aber vergleicht natürlich auch immer und im zweiten Halbjahr dürften die Vergleiche gerade mit dem Wachstum im ersten Halbjahr durchaus etwas schwieriger werden. Punkt fünf ist auch interessant, das ist eben die Unsicherheit und das Thema Free Cashflow, gerade wenn das Thema Zinssenkungen reinkommt, wenn diese gigantischen Cashberge der Big Tech-Unternehmen eben nicht mehr diese gewaltigen Zinsen abwerfen, muss man hier eine Frage stellen, möglicherweise auch wirklich hier ein gewisses Schema mal aufbauen, wie kann sich dann die Dynamik ausspielen, gibt es möglicherweise wirklich ein bisschen dann vorsichtigere Positionierung im Big Tech-Bereich im Rahmen der Zinssenkungen und dafür fließt umso mehr Geld in die Marktbreite und hier auch nochmal angesprochen das Thema CapEx, also eben die Ausgaben der Big Tech-Unternehmen, gerade hier im AI-Bereich und das wird auch ein Thema sein, was wir gerade in das Jahr 2025 mit reinziehen werden. Dann natürlich das Thema regulatorische Unsicherheiten, gerade auch in Europa, das müssen wir auf dem Zettel behalten und eben Punkt 7 hier ganz konkret angesprochen, irgendwo auch noch nicht so richtig sichtbar, wie stark werden sich diese AI-Investments dann wirklich in Return of Invested Capital umwandeln lassen, aber da muss ich ganz klar dazu sagen, da halte ich den Ball sehr, sehr flach, weil diese Unternehmen sind nicht dumm und das hat mit Sicherheit Hintergrund, warum hier solche gewaltigen Summen investiert werden und manchmal dauert es eben ein bisschen, bis sich diese Investitionen dann letzten Endes auszahlen. Punkt 8 ist auch noch interessant, das ist der Spread, der hier angesprochen wird, zwischen den Max 7 Aktien und der Realwirtschaft und ja, das liegt auf der Hand, dass sich die Wirtschaftsdaten natürlich stark abkühlen, aktuell während hier die Max 7 Stocks die Performance zeigen, als hätten wir das größte Wirtschaftswachstum aller Zeiten und da stellt eben Peter Callahan und sein Team hier die Frage, wie nachhaltig ist das letzten Endes. Wir schauen uns noch eine weitere Grafik an von Goldman Sachs, speziell zum AI Trade und das ist schon durchaus interessant, das zeigt uns nämlich auch an, dass hier der Markt mittlerweile so ein bisschen genauer beginnt hinzuschauen, vor allen Dingen seit Anfang 2024 beginnt sich hier so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, haben wir auch darüber gesprochen zuletzt, wenn ihr euch erinnert, wo wir das Thema Softwareaktien mal so häufiger in den Videos besprochen hatten und zwar ist hier mal in drei Kategorien unterteilt, das eine sind grundsätzlich mal die Enabler, das sind die, die die Infrastruktur schaffen im KI-Bereich, da ist allen voran natürlich zu nennen Nvidia, aber auch beispielsweise Amazon Web Services, die natürlich hier einen großen Teil der Rechenleistung für KI-Anwendungen bereitstellen und auf der anderen Seite muss man dann hier eben entsprechend die Adopters sehen, die hier als Enabled Revenues dargestellt werden. Das sind Unternehmen, das sind Unternehmen, die eben angeben, im Zuge von KI ihre Umsätze steigern zu können. Hier ist beispielsweise hervorzuheben, nur dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft, Salesforce, die ja sehr stark abverkauft wurden, unter anderem aber auch eben Adobe ist hier mitzunennen. Das sind eben die Unternehmen, die zuletzt jetzt wieder angesprungen sind, die aber durchaus ein paar Performance-Probleme gezeigt haben und ganz unten seht ihr Productivity. Hier sind Unternehmen zu nennen, beispielsweise wie General Electric oder Procter & Gamble, die eben sagen, alles klar, wir werden KI bei uns mitbenutzen und das wird mittel- bis langfristig unsere Produktivität steigern. In diesem Sektor ist noch wenig Musik drin derzeit und ganz oben seht ihr halt ganz klar, wo Geld reinfließt. Das ist in die Infrastruktur. Da hat der Markt aktuell noch Vertrauen. Das sieht man vor allen Dingen. Das ist das Entscheidende. Auch bereits natürlich die Ergebnisse. Bestes Beispiel hier natürlich Nvidia mit den exorbitant steigenden Umsätzen und gewinnen. Aber bereits, wenn es darum geht hier, dass der Markt Vertrauen fasst in die Unternehmen, die sagen, ja, wir werden unsere Umsätze gewaltig steigern durch die Einführung von KI bei uns im Unternehmen. Da wird der Markt schon so ein bisschen vorsichtiger, weil man eben langsam aber sicher so ein bisschen diese Show-me-the-Money-Mentalität bekommt. Also weniger Show-me-the-Story. Das war 2023 das Bild. Da hat jeder, jedes Unternehmen, das AI gerufen hat, wurde hier mehr oder weniger ein bisschen nach oben geschoben. Und jetzt schaut der Markt ein bisschen selektiver ran bei der ganzen Sache. Und das muss man durchaus auch, meiner Meinung nach, bei sich, bei den Investmententscheidungen durchaus mit berücksichtigen. Ich gehe davon aus, dass der Trade in der Breite auch wieder anspringen kann. Keine Frage. Und dann gibt es natürlich auch gerade hier bei den Enabled Revenues in der zweiten Reihe sehr, sehr spannende Unternehmen. Derzeit sind die aber nicht gesucht. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und derzeit ist hier im KI-Bereich die Speerspitze der Unternehmen, die wirklich stark performen, auch relativ dünn. Und damit kommen wir zur Chart-Analyse. Wir beginnen wie immer zuerst mit dem kumulierten Chart der Magnificent Seven, also Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla hier zusammen in einem Chart. Und die haben sich über die letzten Wochen, ich möchte fast sagen Monate, absolut bilderbuchartig ausgespielt. Vor allen Dingen dieser Aufwärtstrend seit dem April-Tief. Den müssen wir ganz genau beobachten. Er ist jetzt noch intakt. Die Max Seven haben hier oben aber die Zielzone abgeholt. Das muss man ganz klar dazu sagen. Und zwar wunderschön. Und haben dann hier am Donnerstag natürlich ein bisschen stärker abverkauft. Hier eine rote Kerze im Chart, im Acht-Stunden-Chart von minus 4%. versuchen sich jetzt zu erholen. Und das wird jetzt das Entscheidende sein. Wir sind noch über dem Aufwärtstrend und auch diese kleine Verletzung. Sie irritiert mich jetzt nicht, weil sowas gab es zuletzt auch. Das waren dann in der Regel eher wieder die Kaufgelegenheiten für Max Seven. Mal sehen, ob das am Donnerstag, Freitag dann letzten Endes der Boden war. Es war eine Bullishengulf in Kerze im Acht-Stunden-Chart. Keine Frage. Da wollen wir aber auch definitiv keine Kurse mehr drunter sehen. Vor allen Dingen, weil hier auch die 20-Tage-Linie läuft. Die letzte etwas stärkere Korrektur, die auch die 20-Tage-Linie gebrochen hat, war diese Korrektur im April. Und die hat auch deutlich die 50-Tage-Linie gebrochen. Und es war insgesamt dann auch ein Dip um sage und schreibe 13%. Wir sind aktuell runter vom Hoch um knapp 6%. Und wenn wir hier mal so eine Korrektur um 13% auf dem Schirm hätten, dann wäre das dieses Mal genau ein Backtest der 50-Tage-Linie. So stark hat sich der Trend hier in den letzten Wochen beschleunigt seit April. Also hab es mal auf dem Schirm. Grundsätzlich ist sogar der allersteilste Aufwärtstrend, der die letzten Wochen immer wieder ein herrlicher Kaufzeitpunkt war. Noch intakt, aber wichtig. Ihr kennt auch das Mantra. Impuls, Korrektiv, Impuls. Und ich glaube, es besteht relativ wenig Zweifel, was hier jetzt der letzte Impuls war in diesem Chart und was das hier zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch ist. Klares Korrektiv, erste Distanz mal abgemessen hier ans Hoch. Na ja, dann sehen wir doch genau, wo es hinlaufen würde. Dann wäre das hier in etwa auf Höhe der 420 US-Dollar. Ein Backtest des Breakouts aus dem Abwärtstrend. Und damit genau hier ein Backtest der Levels, die wir im Juni als Widerstand hatten, die dann zum Support wurden. Würde aus aktueller Sicht anzeigen, dass Max7 in der Breite noch etwa 6-7% Abwärtspotenzial hätte. und sich dann hier vermutlich ganz genau auf der 50-Tage-Linie-Support abholen würde. Diese Zone verlängern wir uns zur rechten Seite. Das wäre meine Zielzone für einen weiteren Big Tech-Dip. Und dort würde ich dann spätestens wirklich auf die Suche gehen, auch wieder nach Einstiegen in diesem Bereich. Man muss allerdings dazu sagen, wenn uns diese Zone brechen sollte, vor allen Dingen, wenn Big Tech hier unter die 50-Tage-Linie fallen sollte, die hier in den kommenden Tagen aufschließen sollte zu diesem Bereich, dann dürfte es ab hier sogar noch mal 7-8% Downside geben. Und dann müssen wir vermutlich eben auch am Gesamtmarkt von dieser übergeordneten Sommerkorrektur sprechen. Wir kommen zum Microsoft. Und hier ging es auch ein bisschen schärfer nach unten am Donnerstag. Ein Minus von 2,7%. Und hier muss man auch sagen, ist ganz klar zu erkennen, derzeit noch das Schema Impuls-Korrektiv, wenn überhaupt, wenn man das hier als Korrektiv bezeichnen möchte. Und hier muss man sagen, ist durchaus auch angezeigt, dass die Aktie noch ein bisschen Downside-Potenzial hat. Vor allen Dingen, weil jetzt dieser steilste Aufwärtstrend seit Juni gebrochen ist mit diesem Impuls am Donnerstag. Und ich muss dazu sagen, Primärszenario für Microsoft ist hier durchaus die untere Zielzone. Die würde beginnen hier im Bereich von ca. 444 US-Dollar. Es wäre aber auch absolut kein Beinbruch. Und da sieht man auch, wie stark Microsoft performt hat im Vergleich zum Mag7-Korb, weil dieser fett eingezeichnete gelbe Aufwärtstrend, das ist der Aufwärtstrend seit dem April-Tief. Dort liegt Mag7 bereits drauf. Microsoft hätte hier zum Backtest noch in etwa eben diese 4 bis 5, 6% Abwärtspotenzial, auch in Richtung der 50-Tage-Linie. Ich habe sie extrem weit oben bei mir auf der Watchlist aktuell. Ich möchte diesen Dip auch kaufen bei Microsoft, muss ich ganz klar dazu sagen. Auch wenn dazu zu sagen ist, dass dieser Aufwärtstrend seit dem April-Tief durchaus intakt bleiben sollte. Und das zeigt uns auch an, dass wir diese Widerstandszone, Verzeihung, dass wir diese Widerstandszone hier als Support testen können. Microsoft sehr, sehr gerne. Im Bereich ab 444 US-Dollar mal einen Blick wert und meiner Meinung nach im Bereich um die 430, 435 US-Dollar, da kann man dann durchaus mal über Tranchen nachdenken. Tiefer muss man aber sagen, das dürfte dann eine empfindlichere Korrektur triggern. Die 200-Tage-Linie bei Microsoft zusammen mit der Support-Zone, die wir hier gesehen haben zwischen Februar und Juni, muss man sagen, die läuft etwas tiefer im Bereich um ca. 400 US-Dollar. Wir kommen zu Apple und das ist wirklich brutal stark, was die Aktie hier zeigt. Und zwar vor allen Dingen auch seit dem Tief. Im April diesen Jahres konnte Apple um sage und schreibe 42% zulegen. Unglaubliche Performance. Und konnte auch am Freitag nahezu wieder ranlaufen an die Verlaufshochs. Wir haben minimal unter den Allzeithochs geschlossen. Und man muss auch dazu sagen, das ist hier meiner Meinung nach jetzt kein frischer Kauf für Apple. Wir sind auch ganz knapp unter der Zielzone zwischen 2,34 und 2,44. Das bleibt mittelfristig auch mein Ziel. Vor allen Dingen in die Bereiche über 240 US-Dollar. Ich bin mir aber absolut nicht sicher. Möchte ich wirklich dazu sagen, ob dieser Aufwärtstrend seit dem Juni-Tief hier wirklich weiter Bestand haben kann. Aber es ist schon sensationell, wie der Markt das hier spielt. Vor allen Dingen auch technisch so sauber. Wir sind hier ausgebrochen aus dieser kleinen Konsolidierung Ende Juni. Und dann geht die Aktie wieder direkt massiv steil. Also du siehst, hier ist aktuell der absolute Bule drin. Deswegen wird es auch nicht shorten, muss ich wirklich dazu sagen. Auf keinen Fall. Vor allen Dingen, solange dieser steile Aufwärtstrend hier intakt bleibt. Wenn man möchte, kann man ihn sogar ein bisschen steiler ansetzen. Vor allen Dingen, weil diese letzten Berührungspunkte durchaus klar sind. Dann hätten wir hier eine kleine Bärenfalle im Chart. Wer auf die flachsten Berührungspunkte gehen möchte, da gibt der Aktie sogar noch ein bisschen Raum zu konsolidieren. Was man sich anschauen könnte, ob das hier ein kleiner Short wird für Apple, wenn sie sich in diesem Bereich jetzt wirklich festfrisst, um die 2,33 bis 2,40, beziehungsweise Verzeihung, um die 2,33 bis 2,35, um dann hier diesen Trend zu brechen. Ob es dann hier in diese Zone reinlaufen sollte, dann könnte man sich es anschauen mit Stop über den Hochsober. Aktuell muss ich sagen, beobachte ich Apple. Ist gerade für mich Wedereinkauf. Da waren wir hier übergeordnet beim Wiedereintritt in die spannende Zone über 165 US-Dollar Bullish und natürlich hier die ganze Zeit über. Aber ich würde es jetzt hier aktuell weder als Kauf noch als Verkauf bezeichnen. Was man machen kann, wenn man hier wirklich voll dabei ist in dieser Rallye, klar kannst du hier im Rahmen von dieser oberen Zielzone ein paar Gewinne mitnehmen. Und wo man vorsichtig sein sollte, mal für einen etwas empfindlicheren Abverkauf von bis zu 10% bei Apple wäre, wenn dieser Aufwärtstrend bricht. In Kursen würde ich sagen unter 200, aus aktueller Sicht unter 225 US-Dollar circa. Wir kommen zu Nvidia und im Prinzip ist die Chart-Situation bei Nvidia relativ simpel. Wir sehen zwei wichtige Aufwärtstrends. Im Prinzip im dritten, aber wenn der dritte spruchreif wird, dann redet man wirklich von einer heftigen Korrektur bei Nvidia. Insofern sind für mich erstmal die oberen beiden relevant und dann vor allen Dingen ein horizontales Level. Drunter müssen wir wirklich größere Korrektur bei Nvidia und vermutlich auch größere Marktkorrektur sprechen. Aktuell erinnert mich die Preis-Action sehr, sehr stark an das, was wir hier zwischen März und möglicherweise sogar Mai gesehen haben diesen Jahres. Dieses kleine Doppeltop und dann zäh, bis du dann letzten Endes ausbrichst. Dieses kleine Doppeltop, potenziell zäh, bis du dann letzten Endes wieder ausbrechen kannst bei Nvidia. Das müssen wir genau beobachten. Dafür muss der Boden dieser Range zwingend halten. Hat er damals auch und danach brauchen wir vor allen Dingen steigende Tiefs bei Nvidia. Entweder ist es jetzt bereits soweit, dass Nvidia hier an steigenden Tiefs arbeitet, dann muss sie allerdings zwingend aus diesem kleinen Doppeltop ausbrechen, sprich über 138 bis 141 US-Dollar. Dann bespielen wir die Zielzone von 148 bis im Extremfall 165 US-Dollar tatsächlich. Dazu darf der aktuelle Trend sehr, sehr gerne halten. Das wird uns aber anzeigen, dass Nvidia das Tief drin hat und uns keine neuen Tiefs mehr generiert. Unter 125 US-Dollar sollte dieser steilere der beiden Aufwärtstrends hier brechen. Das ist der, der das Tief hier hat bei dem Breakout im Mai. Dann wird es der untere der Aufwärtstrends, der das Tief hier hat, im April zeichnenderweise. Und dann sehen wir die Aktie im Bereich von ca. 117 bis 115 US-Dollar. Hier ist die 50-Tage-Linie und drunter muss man sagen, hat uns Nvidia zuletzt gezeigt, dass wir dann ein bisschen schärfer zur Downside kapitulieren können. Und da wäre dann wirklich mal eine etwas größere Korrektur auch denkbar, denn die 200-Tage-Linie, die würde dann tatsächlich im Bereich erst auf uns zukommen, zwischen 75 und, ja man muss das hier als Zone dann anzeichnen, 85 US-Dollar. Hier ist dann letzten Endes auch der Aufwärtstrend seit dem Oktober-Tief. Das wäre dann hier allerdings wirklich nochmal ein ordentlicher Flash. Und das muss man auch bei so einer Aktie, die so extrem stark gelaufen ist, natürlich, wenn dann gewisse Strukturen brechen, auch ganz klar auf dem Schirm haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist für mich allerdings noch Primärszenario, dass dieser im Extremfall flachere der beiden Aufwärtstrends hält. Der wird bespielt, sobald Nvidia unter die 125 US-Dollar fällt. Und hier hätte sie dann Abkochpotenzial um bis zu 8% auf den flacheren Aufwärtstrend aus aktuellen Levels, ca. 10% Downside-Potenzial. Und wir sind hier natürlich, das muss man aber auch dazu sagen, über der 20-Tage-Linie, kämpfen hier gerade aus Sicht des Allzeithochs runter ans Tief hier Ende Juni mit dem 61er Fibonacci. Da muss sie ausbrechen und müsste hier ganz kurzfristig uns diese Preis-Action zeigen, hier ein aufsteigendes Dreieck bauen, Breakout-Formsache in Richtung der 100, eben angesprochenen 150 bis im Extremfall 165. Und wenn wir hier drunter fallen sollten, A, B, C, dann geht es runter auf den Bereich zwischen 117 bis 120. Im Extremfall der Tipp auf die 50-Tage-Linie. Und hier könnte man sich das Ganze aber wirklich anschauen, weil das ist dann sehr, sehr ähnlich der Preis-Action, die wir eben hier gesehen haben zwischen März und Mai diesen Jahres. Und der Rest der Geschichte ist bekannt. Dort wurde die Aktie dann sehr stark gekauft. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Alphabet. Und hier könnte man es sich jetzt leicht machen und sagen, alles klar, mit dieser Aktie sind wir fertig, Zielzone abgeholt. Und zwar hier im Bereich um die 192 bis 195 US-Dollar. Da haben wir jetzt über Monate darüber gesprochen, dass das hier das Target ist. Aber ich bin hier ein bisschen perfektionistisch und sage, sie hat noch nicht genau das 161er-Extension abgeholt bei den 195 US-Dollar. Und das bleibt hier auch auf jeden Fall noch als Target im Chart. Ich bin mir aber auch völlig im Klaren, dass dieser Aufwärtstrend seit dem März-Tief, der ist so signifikant. Der hatte hier im März seinen Beginn. Der hat dann hier eine Berührung mit dem Earnings-Squeeze gehabt. Und der ist dann hier benutzt worden eben als Support im Rahmen jetzt von diesem Anstieg bei Alphabet wieder in Richtung der aktuellen Allzeithaus. Man kann ihn hier sogar ein bisschen enger ranziehen. Und dann wird das wirklich hochspannend auch bei Alphabet in den kommenden Tagen. Wenn das halten kann, wunderbar, die Zielzone als Support müssen wir eigentlich rausnehmen. Und dann müssen sie eigentlich hier ein bisschen enger anzeichnen. Denn das ist hier nicht ganz ungefährlich. Wer das Ganze hier schon erkennt, wenn man hier eine Neckline drunter zeichnet. Linke Schulterkopf. Ja, pass mal auf. Wenn das hier eine kleine Schulterkopf-Schulterformation wird, dann haben wir hier in etwa als Kursziel auf dem Schirm zu haben für Alphabet. Der Bereich um die 170. Und dann muss man sagen, ist hier so eine kleine Struktur gebrochen. Und ob das dann letzten Endes der Beginn wird von einer etwas stärkeren Korrektur bei Alphabet, das bleibt abzuwarten. Also der Aufwärtstrend, den wir hier bespielen seit März, der sollte durchaus besser intakt bleiben. Sonst könnte sich hier ein bisschen ein bearishes Bild aktivieren. Horizontales Level, was wir nicht gebrochen sehen wollen. Dip drunter unter so einem Trend ist immer erlaubt. Vor allen Dingen im Big Tech-Bereich. Wir wissen, was die für harte Reversals zeigen können. Damit ist die Bewegung gemeint. Aber dann wirklich der Breakout zurück über die 186 US-Dollar. Der ist sehr, sehr wichtig. Und wenn es der Breakout wird, zurück über die 192. Dann könnte man eventuell sogar darüber sprechen. Gibt es auch den großen Breakout aus den 195. Und dann vor allen Dingen in Richtung der 200 US-Dollar. Aber ich muss sagen, aus übergeordneter Sicht des großen Chance-Risiko-Verhältnisses ist es hier für Alphabet aktuell für mich eher kein Kauf. Weil wir jetzt wirklich über viele Wochen gesprochen haben, dass dieser Trend hier diese Zielzone eben zum Target hat. Wir kommen zu Amazon. Und die Aktie müssen wir uns hier immer wieder anschauen. Aus Sicht der Levels 2021, 2022. Wir hatten ja vor wenigen Wochen hier den Breakout Ende Juni aus den Allzeithochs. Wir haben uns jetzt hier bei 200 US-Dollar festgefressen. Wir wissen auch, dass Jeff Bezos hier immer wieder seine Limit-Verkaufs-Orders platziert. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass Amazon hier am Donnerstag mal so ein bisschen schärfer abverkauft hat. Wir schauen uns allerdings hier die Struktur jetzt noch gleich im Detail an. Denn eins ist auch völlig klar. Wir müssen den Markt oder wir handeln den Markt, den wir sehen. Und der zeigt uns an, dass Amazon derzeit noch über den alten Allzeithochs ist. Und das ist hier die Zone zwischen 188 und 192 US-Dollar. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ist mir dieser ganz frische Aufwärtstrend durchaus wichtig. Ich würde ihn aber nochmal ergänzen um den zweiten Aufwärtstrend. Und zwar ist natürlich dieser Dip-Buy hier im Rahmen der Earnings extrem signifikant. Und hier können wir einen bisschen flacheren Aufwärtstrend noch einzeichnen, der die aktuelle Situation etwas entspannen würde. Und wenn der natürlich hier im Rahmen des Backtests der 50-Tage-Linie der alten Allzeithochs hier im Bereich seinen dritten Berührungspunkt bekommt, dann sagen wir auch nicht nein. Dann wäre das auch absolut in Ordnung. Zumal der Winkel von diesem Aufwärtstrend dann noch durchaus etwas nachhaltiger erscheint. Also Amazon hat hier nach wie vor jegliche Chance, einen überragenden Kaufzeitpunkt zu triggern, indem wir die alten Tops backtesten. Hier so ein bisschen dieses Pattern gefällt mir allerdings nicht so gut. Erstes Topspitz, zweites Rund müssen wir mal beobachten. Allerdings, wenn ich eben hier einen Necklein drunter zeichne und mir die Distanz anzeichne, naja, was bekommen wir? Genau den Backtest von dem etwas flacheren Aufwärtstrend. Ich bleibe weiter sehr, sehr interessiert an Amazon. Vor allen Dingen jetzt, wenn sie uns noch ein bisschen weiter entgegenkommt, diesen steileren Aufwärtstrend darf sie halten. Da wären wir aktuell mehr oder weniger am Support. Wenn sie aber hier noch ein bisschen Downside zeigen möchte, zwischen 3 und 4 Prozent, eben gerade zurück in Richtung der 188 US-Dollar, wäre es auch absolut kein Problem. Bei einem lege ich mich aber fest, kritisch wird es, wenn dieser flachere Aufwärtstrend eben seit dem Tief hier im April brechen sollte. Die 200-Tage-Linie, die liegt nämlich etwas tiefer. Und da würden wir dann die Zone backtesten vom alten 88er und 78er Fibonacci. Und dann sind wir ganz schnell bei so einer Amazon wieder bei 175 bis 165 US-Dollar. Und ob das dann hier eben ein Fake-Out war auf Allzeithochs mit Backtest und wir dann tatsächlich hier vor einer größeren Korrektur stehen, das müsste man eben letzten Endes abwarten. Amazon sehr, sehr ungern zurück unter 188 US-Dollar. Wir kommen zu Meta und die Aktie beobachte ich aktuell sehr genau. Meta ist vom Allzeithoch runtergekommen zum jetzigen Zahlpunkt um knapp 10 Prozent. Hat sich natürlich auch auf allen Timeframes relativ schön abgekühlt. Ist der Tages-RSI bei 46, der 8-Stunden-RSI ist bei 39. Also sie ist jetzt hier auf keinem Timeframe mehr heiß gelaufen und deswegen durchaus möglicherweise nicht uninteressant, wenn auch korrekturgefährdet. Vor allen Dingen, weil wir natürlich deutlich tiefer sehr, sehr große Gaps offen haben. Und man muss auch sagen, Meta hat zumindest die Zielzone, über die wir jetzt seit Monaten hier gesprochen haben, abgeholt. Nicht ganz das 161er-Extension ist so ein bisschen eine Story wie bei Alphabet. Zielzone angeküsst, aber nicht komplett abgeholt hier oben. Das muss man beobachten. Wichtig ist auch, dass sie unter 500 US-Dollar jetzt wieder steht. Das ist eine wichtige psychologische Marke, dass sie unter 523 US-Dollar steht. Waren hier diese Tops aus dem März und aus dem April diesen Jahres. Wir beobachten das mal ganz genau. Vor allen Dingen auch zusammen mit diesem Aufwärtstrend, Aufwärtstrend, der natürlich hier die perfekten Berührungspunkte hatte. Dann diese krasse Verletzung mit den Earnings. Haben wir alles besprochen in den letzten Wochen. Hier nochmal dieser 8-Stunden-Tweezer-Bottom, der dann letzten Endes zum letzten Melt-Up geführt hat. Hier auch nochmal ein schöner Berührungspunkt. Projektionen haben sich über und über ausgespielt bei Meta. Wir hatten in den letzten Wochen die Aktie und Monaten natürlich auch jeden Sonntag im Big Tech Update mit dabei. Und jetzt wird es aber interessant, ob dieser Trend hier eben ein weiteres Mal halten kann. Ich möchte es nicht ausschließen. Vor allen Dingen, weil die Aktie uns gezeigt hat, dass unter diesem Trend so richtig die Musik spielt, was die Käufer angeht. Eben einmal hier im Rahmen von diesem Earnings Crash und dann hier nochmal im Rahmen von diesem kleinen Dip Ende Mai. Deswegen haben wir es weiterhin auf dem Schirm. Vor allen Dingen über der 50-Tage-Linie, die hier dieser kleinen Support-Zone derzeit zu Hilfe kommt. Über 489 US-Dollar muss man grundsätzlich wieder so ein kleines Wunder auf dem Schirm haben für Meta. Wenn sie aus diesem Abwärtstrend hier ausbrechen kann, das ist auch das Entscheidende, dann dürfte sie sich kurzfristig noch die 567 US-Dollar abholen. Und insgesamt muss man natürlich sagen, solange hier im erweiterten Umfeld mit Verletzungen, klar, aber solange dieser Oktober-Aufwärtstrend wirklich intakt bleibt, ist auch das Momentum bei Meta intakt, auch wenn das Momentum zuletzt durchaus gelitten hat. Das war jetzt hier ein minimal höheres Hoch dafür, dass wir hier mehrere Wochen konsolidiert haben. Die Aktie ist technisch angeknackst, keine Frage. Und vor allen Dingen muss man sich vor Augen führen, dass wenn hier mal eine Korrektur einsetzen sollte, natürlich auch so gewissermaßen die Earnings im Hinterkopf behalten, die bei Meta beispielsweise am 31. Juli sind. Aber wenn hier mal eine Korrektur einsetzen sollte, dann kann so eine Meta auch mal stärker abkochen. Zumindest mal runter in dem Bereich um die 450 US-Dollar. Die 200-Tage-Linie bei Meta, die läuft aktuell bei 420, was im Endeffekt genau die Tiefs sind, die wir im Rahmen der Earnings hatten. Wir kommen zu Tesla und das machen wir relativ kurz. Die Aktie ist ohnehin täglich in den News-Videos mit dabei. Tesla hat sich hier in der Widerstandszone, die wir eingezeichnet haben, von 265 bis 270 US-Dollar entsprechend Widerstand abgeholt. Nach diesem massiven Short-Squeeze gab es auch eine etwas stärkere Korrektur um knapp 15%. Sie ist dann am Freitag ordentlich nach oben gesprungen. Das müssen wir jetzt eben abwarten, ob hier der Boden schon wieder drin ist. Die Widerstandszone bleibt natürlich erstmal bei Tesla noch im Chart zwischen den 265, 270 und vor allen Dingen dann hier auch 280 US-Dollar. Das sind hier wichtige Levels aus 2023 zusammen natürlich mit dem starken Widerstandslevel und auch psychologisch bei 300 US-Dollar. Falls sich die Konsolidierung Korrektur hier noch ein bisschen fortsetzen sollte, darf sie das jederzeit, möchte ich ganz klar dazu sagen. Die interessante Zone für Nachkäufe ist bei mir im Bereich zwischen 230 und 205 US-Dollar, 210 US-Dollar in etwa. Wichtig unter diesem Aufwärtstrend, der gestartet hat im Rahmen von diesem Squeeze, der gestartet hat im April und vor allen Dingen unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 205 US-Dollar läuft, möchte ich Tesla eher nicht mehr sehen. Abschließend kommen wir noch zum Bitcoin, der im Umfeld dieses gestrigen Attentatsversuchs auf Donald Trump tatsächlich ausbrechen konnte aus dem Abwärtstrend und aus der 200-Tage-Linie. Der Bitcoin handelt jetzt seit gestern Nacht über der 200-Tage-Linie und auch über diesem Abwärtstrend, der uns seit Juni diesen Jahres hier belästigt hat, möchte ich fast sagen, uns von 72.000 US-Dollar um 25% nach unten gedrückt hat. Jetzt baut sich hier auch ein schöner Aufwärtstrend auf, der durchaus intakt bleiben sollte und natürlich auch ganz klar, was jetzt hier Widerstand war und auch insgesamt historisch. Ein extrem wichtiger gleitender Durchschnitt ist für den Bitcoin die 200-Tage-Linie. Das soll jetzt zum Support werden, was uns anzeigt, dass wir den Bitcoin jetzt eher nicht mehr sehen wollen. Unter 59.000 US-Dollar. Er dürfte nochmal drunter dippen, um hier nochmal so ein bisschen anzutäuschen. Das wäre alles in Ordnung, aber gerne auch jetzt dieser ganz frische Aufwärtstrend seit den Tiefs hier Anfang Juli. Der sollte jetzt intakt bleiben. Die Target-Zone haben wir uns mal eingezeichnet. Das 38er Fibo der Downside, da waren wir jetzt bereits. Das sind die 60.500 bis 60.600. Das 61er Fibonacci aus Sicht der Downside ist extrem spannend. Das ist hier der Bereich von 64.900. Das ist hier dieses erste der beiden Allzeithochsache aus 2021. Ganz wichtig, um dann eben hier letzten Endes uns nach oben zu schrauben in Richtung der 69.000. Und aus Sicht der Downside, da müssen wir extremst vorsichtig werden. Aus Sicht der Downside seit dem Juli-Top hier das 78er, 88er. Da wäre dann der Bereich zwischen 68.000 und 69.900 und so richtig die Musik in Richtung Allzeithochs wichtig. Bis dorthin haben wir natürlich auch schon eine saftige Rallye vor uns, keine Frage, wenn sie sich ausspielt. Aber so richtig in Richtung neuer Allzeithochs die Musik spielen dürfte, wenn der Bitcoin dann hier klar die 70.000 rausnimmt. Und natürlich vor allen Dingen, wenn er über die 72.000 ausbricht. Aber jetzt lasst uns zuerst mal beobachten, wie diese wilde Story hier und vor allen Dingen diese Korrelation hier sich weiter ausspielt. Vor allen Dingen, wie der Bitcoin dann auch in die neue Handelswoche reingeht. Derzeit muss man sagen, dass der Bitcoin jetzt hier die dritte 8-Stunden-Kerze in Folge über der 200-Tage-Linie ist und jetzt auch hier die 20-Tage-Linie so ein bisschen als Support nimmt. Diese Zone, die wir uns hier einzeichnen, die wollen wir beim Bitcoin jetzt nicht mehr gebrochen sehen. Keine Kurse mehr, muss man sagen, unter 59.000 US-Dollar. Dippen dürfte er in Richtung der 58.000. Aber wie gesagt, auch vor allen Dingen dieser Aufwärtstrend, der soll jetzt wirklich intakt bleiben. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.